Hallo, ich zeige euch einmal ganz schnell, wie ihr super easy an den Fischl-Skin drankommt. Ihr müsst, wie ihr vielleicht wisst, die Muscheln-Farm bei dem neuen Event. Und es gibt dafür eine Map im Internet, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da werden die genauen Positionen angezeigt. Und zwar werdet ihr dann hierhin kommen und dann könnt ihr hier an der Seite auf diese Palme klicken, das wird nur während des Events gehen, da danach die Map wieder verschwinden wird. Und dann kommt ihr hierhin. Und bei mir ist das schon an, wie ihr seht, ihr müsstet dann hier an der Seite, wird ganz oben stehen, die Echo-Schnecken. Da klickt ihr dann einfach einmal drauf und dann werden die euch auch direkt angezeigt. Momentan am ersten Tag könnt ihr nur 14 sammeln, wenn ihr das Video später seht, dann werden das mehr sein, dann wird hier auch wahrscheinlich allgemein mehr sein. Ich kann mir vorstellen, dass da noch eine Map dazukommt. Und dann könnt ihr die hier eben abfarmen, ihr könnt auch, wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr teilweise hier an der Seite Hilfen und ebenso könnt ihr das als gefunden markieren. Dafür müsstet ihr euch aber einloggen, beziehungsweise einen Account erstellen. Genau und so easy ist das auch schon, ihr könnt die dann einfach alle ablaufen. Theoretisch könnt ihr euch auch andere Sachen anzeigen lassen, diese Map ist super. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Event. Ciao. Ciao.